Heute male ich mit dir ein Auge. Ich fange mit den dunklen Tönen an, gehe schon etwas ins Auge selbst rein und bringe dann hellere Hauttöne auf und verwische das Ganze. Anschließend gehe ich noch weiter in die Pupille mit Blau rein und verwische hier auch wieder. Du siehst, es geht immer von dunkel nach hell. Genau dasselbe passiert auch jetzt bei der zweiten Schicht. Ich starte rechts unten wieder dunkel mit Hauttönen, helle langsam auf und du siehst wie wunderbar sich diese zweite Schicht über die erste Schicht drüber legt. Oben am Augenlid schattiere ich jetzt noch weiter aus, damit die Form besser rauskommt. Wieder von dunkel nach hell und dann die Details aufbringen. Du siehst also, es ist immer der gleiche Ablauf. Grob von dunkel nach hell, von ungenau zu genau und dann die Details aufbringen. Ich hoffe das Bild gefällt dir, gib mir gerne einen Daumen nach oben und folge meinem Kanal für mehr Tipps.